Hallo und herzlich willkommen hier auf Lüchelder.de. Auch in diesem Video möchte ich euch auf das Abitur in Baden-Württemberg vorbereiten und es euch eine typische Aufgabe aus dem Pflichtteil vorigen. Und zwar typisch für Aufgabe 3, löse die Gleichung oder bestimme weitere Nullstellungen der Funktion. Und in dem Fall haben wir hier eine Funktion f von x und man sagt uns die Nullstelle x1 gleich 1 sei gegeben und wir sollen weitere Nullstellen davon bestimmen. Das ist immer ein Signal, was will hier eigentlich eine Polynom-Division von uns. Und zwar, was wir rechnen sollten, wäre 2x hoch 3 plus 3x² minus 8x plus 3 geteilt durch x minus die bekannte Nullstelle. So, und in diesem Punkt hier schreie ich wieder an und sage, nein, wir rechnen Polynom-Division nicht. Wir nehmen das Horner-Schema. Wer das nicht kennt, sucht es mit der Suchfunktion auf unserer Homepage www.burella.de. Das Horner-Schema vereinfacht einfach die Polynom-Division und beschleunigt das Ganze hier extrem. Also fangen wir an und benutzen das Horner-Schema. Wir schreiben die Koeffizienten der Funktion einfach in der Reihenfolge ab. Aufpassen, falls irgendeine Potenz nicht vorkommen würde, falls also ein x fehl würde, ist der Vorfaktor natürlich 0. Bei uns kommt es in dem Fall nicht vor, aber ihr seid gemahnt. So, hier vorne schreiben wir die mögliche Nullstelle hin. Entweder raten wir die oder wissen sie. Wenn wir es hier raten, müssen wir darauf achten, dass auf jeden Fall die Null als Ergebnis hier hinten rauskommt. Ansonsten wäre es keine Nullstelle. Wenn es eine Nullstelle ist, dann sind wir natürlich sicher, dass das Endergebnis eine Nullstelle rauskommt. So, dann kommt hier ein Punkt hin. Dann übernehmen wir diagonal die 2 und dann 1 mal 2 plus 3 macht 5. 1 mal 5 plus minus 8 macht minus 3. Und minus 3 mal 1 plus 3 ergibt 0. Das heißt, ja, x1 gleich 1 war eine Nullstelle. Und als Endergebnis wissen wir sogar, wir schreiben das hier wieder ab. Also, 2x² plus 5x minus 3 gleich 0. Das ist das Ergebnis unserer Polynom-Division, die wir durchführen müssten, hätten. Nun, ihr habt jetzt sicherlich auch erkannt, wie viel Zeit und wie viel Aufwand wir uns hier gespart haben. Wir haben nur kleine Grundrechenarten hier benutzt. Und zwar mal und plus. Und das von wirklich winzigen Zahlen. Das kann jeder im Kopf. Und man macht hier deutlich weniger Fehler als bei der Polynom-Division. So, nun haben wir also das hier. Davon suchen wir Nullstellen. Wir suchen also, bräuchten wir hier die PQ-Formel oder die ABC-Formel. Ich bin Anhänger der PQ-Formel. Deswegen muss ich das hier erstmal in die Form bringen für die PQ-Formel. Das heißt, ich muss es normieren. Ich muss also durch diese zwei teilen. Da steht hier also x² plus 2, machen wir es mit Brüchen. 5 halbe x minus 3 halbe. Bei der PQ-Formel empfiehlt es sich auch wirklich mit Brüchen zu rechnen. Also, x1, 2 ist gleich. Minus p halbe, p ist 5 halbe. 5 halbe nach dem halbiert, gibt natürlich minus 5 Viertel. Plus minus. So, diese 5 Viertel, minus 5 Viertel ins Quadrat. Das heißt, das Minus können wir eigentlich weglassen. Da wissen wir, dass es nach dem Quadrat verschwindet. Aber offiziell wäre hier eigentlich noch das Minus. So, und dann minus Q. Q ist 3 halbe. Also plus 3 halbe. Dann rechnen wir mal den Radikanten da genauer aus. 5 Viertel ins Quadrat sind 25 Sechzehntel. Damit wir das besser verrechnen können, erweitern wir hinten auch auf Sechzehntel. Also 2 mal 8 ist 16 und 3 mal 8 ist 24. In dem Fall 24 Sechzehntel. Zusammen ergibt es natürlich minus 5 Viertel. plus minus 25 plus 24 macht 49 Sechzehntel. Davon die Quadratwurzel. 49, davon können wir die Wurzel ziehen, ist 7. Wurzel von 16 ist 4. Das heißt, wir haben nichts anderes als minus 5 Viertel plus minus 7 Viertel. Und das heißt für uns, x1 machen wir zuerst plus, also minus 5 Viertel plus 7 Viertel macht plus 2 Viertel. 2 Viertel kann ich kürzen, also 1 halbe. x2 minus, minus 5, minus 7, minus 12, minus 12 Viertel, also minus 3. Das heißt, wir haben die weiteren Nullstellen, eigentlich ist das natürlich dann x2 und das x3 bestimmt, und zwar x1 halb und x minus 3. Hier seht ihr, warum es von Vorteil ist, wenn ihr mit Brüchen rechnet. Schaut euch mal diese Zahl hier an. Wenn wir es hier sehen, das sind 1,75, 1,75 ins Quadrat, 3,0625 oder sowas, das ist einfach viel zu kompliziert und davon vor allem die Wurzel zu erkennen und den Kopf zu behalten, das ist irgendwo viel zu viel des Guten, das kann man nicht alles auswendig lernen, deswegen rechnet mit Brüchen. Okay, danke, dass ihr hier reingeschaut habt, bleibt uns gebogen, verfolgt uns auf Facebook und klickt auf Gefällt mir. Okay, danke.